Wir blicken mal ein bisschen in den Sport zum SV Waldhof Mannheim. Der versucht seit mehreren Jahren am Tor zur zweiten Liga anzuklopfen und Rüdiger Rehm, das ist der Trainer, mit dem das in der kommenden Saison im besten Falle dann auch gelingen soll. Kein Unbekannter in Mannheim von 97 bis 2001 hatte er ja schon für den SVW gespielt. Fast 100 Spiele bestritten. Man kennt sich da also bestens und als Trainer begann er seine Karriere bei Sonnenhof Großaspach. Weitere Stationen waren dann Arminia Bielefeld und Wehen Wiesbaden, mit denen hatte er ja auch den Sprung in die zweite Liga gepackt. Klingt also nach guten Gründen mit Rehm in die kommende Saison zu gehen. Was genau die Beweggründe dann noch sind, darüber haben wir mit dem Geschäftsführer Tim Schork gesprochen. Rüdiger hat nachhaltig gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren in der dritten Liga insbesondere und kennt die Region, kennt den Waldhof, bringt eine hohe Intensität mit in seinem Spiel, ist ein Arbeiter und so passt das sehr gut zum Waldhof. Was genau Rehm selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe. Max Fischer hat mit ihm gesprochen. Herr Rehm, noch herrscht hier die Ruhe vor dem großen Sturm an Ihrer alten neuen Wirkungsstätte. Hat sich viel verändert in den vergangenen 20 Jahren hier? Ja, ein bisschen was, aber natürlich der Großteil ist noch da, das Stadion ist noch da. Die Gegebenheiten sind schon noch ähnlich, aber es hat sich schon auch ein bisschen was in die positive Richtung entwickelt. Wäre schlecht, wenn es die letzten 20 Jahre nichts getan hätte. Also von daher bin ich schon ganz zufrieden mit den Bedingungen. Sie kennen Waldhof natürlich gut, haben 97 Spiele für den SVW absolviert. Warum haben Sie sich jetzt entschieden, als Trainer hierher zurückzukommen? Ja, weil es die Anfrage gab und der Waldhof ist einfach ein hoch in der Sander für einen, für mich und ich glaube nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, weil man weiß, dass hier Fußball einfach auch gelebt wird. Und ich freue mich einfach tierisch an den Ort zurückzukommen, wo ich selber auch als Spieler tätig war. Und das war eine sehr, sehr erfolgreiche und sehr, sehr schöne Zeit sowohl für mich als auch für den Verein. Und ich will einfach jetzt die Zukunft mit dem Waldhof planen und hoffe, dass wir dementsprechend den Erfolg kriegen können, den wir uns wünschen. Erfolg war ja in den vergangenen Jahren jetzt nicht immer da, war zum Teil sehr turbulent. Wie haben Sie den SVW beobachtet in Ihrer Zeit bei anderen Stationen? Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, dass der SVW wirklich auch wieder einen Weg nach vorne gebracht hat, wirklich vier Jahre jetzt in der dritten Liga ordentliche Leistung gebracht hat, immer in der oberen Tabellenhälfte zu finden war. Ich glaube, dass das vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen wäre, wo der Verein wirklich auch am Boden war. Den habe ich auch mitverfolgt und diese ganze Oberliga-Phase, ja, die war natürlich schon hart. Und deswegen glaube ich, dass der SV Waldhof schon auf dem richtigen Weg ist. Ja, aber es geht halt auch nicht alles von heute auf morgen. Diese Bedingungen haben wir nicht oder diese Möglichkeiten haben wir nicht so. Von daher müssen wir gucken, dass wir den den Weg der kleinen Schritte gehen. Und ich finde, der Waldhof hat eine absolut tolle Vergangenheit jetzt gehabt die letzten Jahre, hat sich gut entwickelt, ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und trotzdem gibt es natürlich noch viele Dinge zu optimieren. Und das weiß der Verein, das weiß der Vorstand, das wissen die Fans. Und ich glaube, genau da müssen wir ansetzen, dass wir das gemeinsam einfach fortentwickeln. Mit welcher Zielsetzung hat Sie der Verein verpflichtet? Ihr Vorgänger sagt einmal, der Anspruch ist daher nicht immer realistisch gewesen. Wie hat sie Tim Schork hier verpflichtet? Mit welchem Ziel? Tja, mir geht es darum, dass wir einen Verein entwickeln, dass wir eine Mannschaft entwickeln, mit der wir uns alle identifizieren können. Ja, die natürlich auch erfolgreichen Fußball spielt. Ich glaube, Erfolg gehört zum Fußball auch immer dazu. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ein Ziel raushauen, beziehungsweise der Verein mir ein Ziel genannt hat, was unbedingt erreicht werden muss, sondern wir wollen alle das maximale Ziel erreichen. Und das eben gucken, dass wir das nicht innerhalb von einem Jahr unbedingt erreichen müssen, sondern schauen, dass wir schon was langfristiges, was kontinuierliches aufbauen. Ich bin jetzt nicht hierher gekommen, den Verein als Sprungbrett zu nutzen, sondern ich freue mich hier zu sein und einfach mit dem Verein und mit den Verantwortlichen was zu entwickeln. Und das wird eine tolle Aufgabe. Und ich glaube, wir brennen alle drauf und ich freue mich, die Mannschaft dann in den nächsten Wochen kennenzulernen. Noch haben sie Urlaub und das ist auch verdient. Das erste Ziel wird jetzt wahrscheinlich erst mal sein, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. 14 Spieler haben den Verein verlassen. Was für eine Art von Spieler suchen Sie für Ihre Art von Fußball? Ja, wir brauchen natürlich vor allem hungrige Spieler. Ja, und es ist auch egal, ob die jetzt 33 sind oder 18. Ja, sondern es müssen Spieler sein, die für den Verein brennen, die gerne hier zum Waldhof kommen und nicht den Waldhof im Endeffekt als als zweite Garde sehen oder als zweite Wahl sehen, sondern würde ich auch sagen, okay, wir wollen hierher. Wir wissen, was uns hier erwartet. Wir können auch mit dem Umfeld umgehen, ja, was sicherlich auch immer wieder mal ein bisschen Druck entwickeln kann. Aber dieser Druck kann auch positiv sein. Und genau da suchen wir jetzt gerade. Wir werden oder wir haben die Köpfe schon die letzten Tage zusammengesteckt, um einfach zu schauen, welche Spieler passen zu uns. Was fehlt uns noch? Ja, wir haben eine gute Basis. Wir haben eine Basismannschaft, die in der letzten Saison auch eine sehr, sehr ordentliche Saison gespielt hat. Und jetzt geht es eben darum, diesen Kader noch mal zu optimieren, ja, mit Spielern zu finden, die sie, wie gesagt, auch damit identifizieren, mit der Stadt und mit dem Waldhof und mit den Gegebenheiten und nicht die ganze Zeit rumjammern. Dann wünschen wir Ihnen einen erfolgreichen Start und alles Gute für die Rückkehr als Trainer beim Waldhof. Vielen Dank, Herr Reden.